Rund um den Londoner Kensington Palast, in dem ein Teil der britischen Königsfamilie lebt, ist die Nachricht von Prinz Harrys Verlobung durchweg auf ein positives Echo gestoßen. Harry, früher durch manchmal schrille Auftritte als Partyprinz verschrien, gehört spätestens jetzt nicht mehr zu den begehrtesten Junggesellen Großbritanniens. Ich habe gerade gehört, dass sich Prinz Harry mit einer Amerikanerin verlobt hat. Das ist großartig und so cool. Glückwunsch! Ich bin nach London gekommen, um Thanksgiving zu feiern und höre jetzt, dass der Prinz eine Amerikanerin heiratet. Das ist eine wundervolle Nachricht, die unsere Länder zusammenbringt. Das ist sehr gut für das Land. Ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Sie wird wie Diana sein. Früher war das schwieriger. Prinzessin Margaret durfte den Mann, den sie liebte, nicht heiraten, weil er, glaube ich, geschieden war. Also musste sie einen anderen heiraten und die Ehe wurde dann geschieden. Jetzt dürfen sie heiraten, wen sie wollen. Alles Gute für die beiden. Der Ort und der genaue Zeitpunkt der Hochzeit sind noch nicht bekannt. Britische Medien tippen auf März. Denn im April soll das dritte Kind von Harrys Bruder Prinz William und Herzogin Kate zur Welt kommen.